Wir sind die Waisen aus dem Morgenland, Kaspar, Meteor und Balthasar genannt. Wir tragen Weihrauch, Mürre und Gold und suchen nach dem Kinderleinhold. Beladen mit Gold und Edelgestein, so wollen wir ziehen in Bethlehem ein. Unser Hab und Gut verschenken wir all dem Gotteskinde in Bethlehems Stall. Ich hab mein Leben im Morgenland verbracht, wo die Sonne so heiß scheint, Tag und Nacht. Da hat sie mich so schwarz gebrannt. Kaspar werd ich überall genannt. Ein Judenkönig sei geboren, dann wär ich also ganz verloren. Hört wohl an, ihr drei Waisen, was ich euch will sagen. Geht nach Davids Stadt und lasst nach Josef und Maria fragen. Und forscht nach dem Kinderlein, das dort nun soll geboren sein. Und wenn ihr es gefunden habt, als dann, so kommt und sagt es mir wohl an. Damit auch ich dessen teilhaftig werde und das Kindlein dann verehre. Dann an, ihr zwei Jahre überhaupt. Vielen Dank.